Der Wettbewerb um die Coupe de France in der Saison 1922-23 war die sechste Ausspielung des französischen Fußballpokals für Männermannschaften. Für diese Veranstaltung meldeten 305 Vereine, Gewinner des diesjährigen Pokals wurde Titelverteidiger Red Star Paris. Für Red Star war es der dritte Sieg in Folge, das gelang in der über 90-jährigen Geschichte des Wettbewerbs nur noch einer weiteren Mannschaft, nämlich O.S.C. Lille von 1946 bis 1948. Er bezwang im Endspiel den FC Set, so wurden Verein und die Stadt Z.R. bis Anfang 1928 noch geschrieben. Der FC Set war auch der Auslöser einer Affäre, die diese Ausspielung überschattete. Tiefere Ursache dafür war allerdings der auch im französischen Fußball schwelende Konflikt zwischen Befürwortern des reinen Amateurgedankens und denjenigen, die die in zahlreichen Klubs praktizierte Bezahlung von Spielern unter der Hand in Frankreich damals wie heute als Amateurismemaron bezeichnet legalisieren wollten. Der Landesverband Federation Française des Football Association, der den Professionalismus ablehnte, hatte eine Regelung erlassen. Nach der ausländische Fußballspieler mindestens sechs Monate in Frankreich ansässig sein mussten, bevor sie für einen Vereinspiel berechtigt waren. Damit erhoffte man sich die offenkundig mit finanziellen Angeboten erreichte Verpflichtung von Ausländern wenigstens einzudämmen. Auf dieser Basis legte die As-Française aus Paris nach ihrer 0-1-Niederlage im Achtelfinale-Protest mit der Begründung ein. CETIS Schweizer Stürmer Georges Kramer habe noch keine sechs Monate in Frankreich gelebt. Die FFF gab der Beschwerde nach und disqualifizierte die Südfranzosen, lehnte auch deren Einspruch ab. Im darauf folgenden Berufungsverfahren nutzte Vereinspräsident Georges Bayrou, ein französischer Ex-Internationaler, seine Kontakte zu Journalisten und Verbandsfunktionären und hatte damit Erfolg. Mit einer Stimme Mehrheit setzte das zuständige Verbandsgremium den FC-Set wieder in seine alten Rechte ein und bestimmte, dass die Mannschaft obwohl Viertel- und Halbfinale inzwischen ausgetragen waren, die Spiele dieser beiden Runden nachholen durfte. Dabei war das Team aus dem Long-Doc schon bei seiner ersten Pokal-Teilnahme mit den Paragrafen in Konflikt geraten, die die Zahl ausländischer Spieler regelten. Eine Pokalkommission setzte für 32 Stell- und 16. Finale sämtliche Begegnungen fest, wobei Fragen der Reisedistanzen im großflächigen Frankreich ebenso eine Rolle spielten wie die Qualität der an den jeweiligen Orten vorhandenen Spielstätten und der Infrastruktur. Dabei wurde auch das Heimrecht festgelegt. Ab dem Achtelfinale wurden Paarungen und Austragungsort frei ausgelost. Endete eine Begegnung nach Verlängerung unentschieden, wurde ein Wiederholungsspiel auf dem Platz des Gegners ausgetragen. 32. Finale Spiele am 3. Wiederholungsspiele am 17. Dezember 1922 16. Finale Spiele am 7. Wiederholungsspiele am 21. Januar 1923 Achtelfinale Spiele am 4. Februar 1923 Viertelfinale Spiele am 4. März 1923 Die Begegnung als Française gegen Rennes am 18. März, also nach der Bestätigung des Protests aus dem Achtelfinale Halbfinale Spiele am 8. April 1923 Nachholspiele des FC Set Am 22. bzw. 29. April 1923 Das Heimrecht wurde für beide Begegnungen neu ausgelost. Viertelfinale Stade Rennes FC Set 0 zu 2 Halbfinale FC Ruin FC Set 0 zu 1 Finale Spiel am 6. Mai 1923 Im Stade Pershing in Paris Vor 20.000 Zuschauern Red Star AC Paris FC Set 4 zu 2 Mannschaftsaufstellungen Auswechslungen waren damals nicht möglich Die meisten französischen Vereine hatten in dieser Zeit noch keine festangestellten Trainer Red Star Pierre Cherick Mauriz Emmeyer Lucien Gämblin Robert Joyaut François Hugues Philippe Bonnardel Lucien Cordon Just Prusisch Paul Nicolas Marcel Naudet Raymond St. Jupri FC Set François N. Contre Leon Huot Ernest Gravier Oskar Bernsen Albert Jardet René Didieu William Cornelius Georges Kramer Arthur Parkes Marcel Dangels Pujol Schiedsrichter Gabriel Jandin Tore 1 zu 0 Naudet 2 zu 0 Naudet 3 zu 0 Cordon 3 zu 1 Cornelius 4 zu 1 Joyaut 4 zu 2 Kramer Besondere Vorkommnisse Sechs Spieler im Dress von Red Star hatten auch schon in den beiden Vorjahren zur Pokalsieger-Elf gehört, nämlich Bonnardel, Jarrick, Gämblin, Meier, Naudet und Nicolas. Auch François Hugues, der zudem schon 1921 den Pokal mit Red Star gewonnen hatte, war im 1922er Finale dabei gewesen, allerdings im Dress des Stade René Uc. In Setes in Spielmannschaft fehlte zwar Achtelfinal-Torschütze Gibson, mit Cornelius und Parkes standen aber zwei weitere Engländer in der Elf, dazu ein Schwede und ein Schweizer über 70 Jahre vor dem Bosmann-Urteil.